Heute möchte ich über einen Serienmörder sprechen, der seine Mordserie durch seine eigene krankhafte Passion ausgeübt hatte. Mit Passion meine ich hierbei das Jagen. Und jeder von euch kann sich hier an dieser Stelle mit Sicherheit schon vorstellen, dass jetzt hier nicht das Jagen von Tieren, sondern das Jagen von Menschen gemeint ist. Ich rede hier vom Serienmörder Robert Hansen, der auch unter dem Titel Der fliegende Albtraum bekannt wurde. Von außen betrachtet wirkte Robert Hansen wie ein einfacher und durchschnittlicher Familienmensch, dem man damals seine grauenhafte Morde und Passionen nicht anmerken konnte. Im engen Kreis wurde er als liebevoller Familienvater und als erfolgreicher Geschäftsmann beschrieben, den es scheinbar an nichts fehlte. Er war verheiratet und lebte mit seiner Familie in Anchorage, einer Stadt im südlichen Teil von Alaska. Erst im Jahr 1983 kamen dann die grauenhaften Taten von Hansen ans Licht, als damals sein letztes Opfer vor ihm fliehen und später die Polizei holen konnte. Im Laufe der Ermittlungen durch die Polizei wurden dann sowohl die grauenhaften Geheimnisse und Taten als auch die Lebensgeschichte von Robert Hansen aufgedeckt, welche er wohl vor aller Welt geheim halten wollte. Man fand heraus, dass Hansen mindestens 17 Frauen ermordet hatte. Bis heute sind die Ermittler aber der Meinung, dass Hansen noch weitere Frauen ermordet hatte, wo hierbei jedoch die Leichen von weiteren ermordeten Frauen bis heute nicht gefunden wurden. Hansens Opfer sollen hauptsächlich Frauen gewesen sein, welche als Stripdancer in Nachtclubs oder als Prostituierte tätig waren. Viele seiner Opfer brachte Hansen mit seinem Flugzeug oder mit seinem Auto zu seiner Jagdhütte, die in einem abgelegenen Waldgebiet außerhalb der Stadt Anchorage lag, worin er seine Opfer vergewaltigte und quälte. Anschließend ließ Hansen die Frauen dann frei. Allerdings nicht, weil er Mitleid mit seinen Opfern hatte, sondern um noch an seinen Opfern seine krankhafte Passion auszuüben. Er ließ dabei seine bereits misshandelten Opfer in den Wald rennen und jagte sie dann mit seinem Gewehr wie Vieh durch den gesamten Wald, um sie dann letztendlich zu töten. Ein paar seiner Opfer missbrauchte Hansen sogar in einem extra dafür eingerichteten Raum in seinem Haus in Anchorage. Diese Opfer flog er dann später in die abgelegenen Wälder, wo er sie dort ebenfalls mit seinem Gewehr jagte und später tötete. Vor Gericht wurden im Laufe der Verhandlungen weitere Details zum Leben von Robert Hansen bekannt, wo auch nebenbei die einen oder anderen Beweggründe des Serienmörders aufgedeckt wurden. Robert Christian Hansen wurde am 15. Februar 1939 im US-Bundesstaat Iowa geboren. Seine Kindheit führte Hansen damals unter der Obhut seines herrschsüchtigen Vaters, der ihn damals des Öfteren sowohl psychisch als auch körperlich misshandelt hatte. Aber auch von gleichaltrigen Kindern, sowohl von Jungs als auch von Mädchen, wurde der damals schüchterne Robert Hansen gemobbt und gedemütigt. Ganz besonders wegen seiner stotternden Aussprache und seiner Aknehaut wurde Hansen damals von vielen Kindern abgelehnt und gehänselt, wo sich vermutlich in dieser Zeit bei ihm ganz besonders ein Hass auf das weibliche Geschlecht entwickelte. Aufgrund der zahlreichen Demütigungen wurde Hansen immer mehr und mehr zum Einzelgänger, der seine Zuflucht vor dem Alltag in den Wäldern rund um seine Heimatstadt Esterville im US-Bundesstaat Iowa fand. Dort begann er seine Passion für das Jagen zu entwickeln, was er im Laufe seiner Zeit sowohl mit Gewehr als auch mit Pfeil und Bogen ausübte. Mit 18 Jahren trat er in die United States Army Reserve ein. Nach rund 12 Monaten wechselte er dann zur Polizeiakademie in der Stadt Pocahontas in Iowa, wo er dann später bei der örtlichen Feuerwehr tätig war. Im Sommer 1960 heiratete dann Hansen. Doch schon kurze Zeit nach der Hochzeit wurde er wegen Brandstiftung angeklagt und später zu drei Jahren Haft verurteilt, woraufhin seine erste Frau später die Scheidung einreichte. Trotz Rückschläge lernte Hansen jedoch nichts aus seinen Fehlern dazu. Stattdessen durchlebte er nach seiner Entlassung eine Phase, wo er immer wieder mit dem Gesetz in Konflikt geriet. Mehrmals wurde er wegen diverser Diebstähle erwischt und inhaftiert. Doch das Blatt schien sich zu wenden, als er 1967 mit seiner zweiten Frau und den beiden gemeinsamen Kindern nach Alaska auswanderte. In der Stadt Anchorage eröffnete er dann seine eigene Bäckerei, die schon bald florierte. Im Jahr 1977 wurde Hansen allerdings noch einmal straffällig, als er, aus welchem Grund auch immer, dabei erwischt wurde, wie er eine Kettensäge stehlen wollte. Ansonsten schien Robert Hansen bei seinen Mitmenschen und bei seiner Familie ein normaler und beliebter Mensch zu sein. In seiner Freizeit ging Hansen gerne jagen, wobei er bei manchen Jagdwettbewerben einige Trophäen gewann und von der lokalen Presse gefeiert wurde. Hinzu machte er noch einen Pilotenschein und kaufte sich ein Kleinflugzeug, das er für die Jagd in der Wildnis von Alaska verwendete. Das dachte zumindest sein Umfeld. In Wirklichkeit nutzte er es jedoch auch als Transportmittel für sein geheimes Doppelleben, was ihm später, als seine Taten bekannt wurden, den Spitznamen The Flying Nightmare, zu deutsch Der fliegende Albtraum, einbrachte. Doch im Jahr 1983 kam Hansens Mordserie zu einem Ende. Im Juni 1983 entführte Hansen die damals 17-jährige Prostituierte Cindy Paulson, die er im Keller seines Hauses vergewaltigte und folterte. Danach legte er sich für ein paar Stunden schlafen, während er sein Opfer gefesselt an einem Pfahl im Keller zurückließ. Am nächsten Morgen wollte dann Hansen mit seinem Flugzeug sein Opfer Paulson in die Wälder fliegen, wo er sie noch einmal missbrauchen und vermutlich auch töten wollte. Doch dazu kam es nicht. Während er sein Flugzeug mit Proviant belut, gelang Paulson die Flucht. Mit barfuß und mit Handschellen gefesselt hielt sie an der nächstgelegenen Straße einen LKW-Fahrer an, der sie zur nächsten Polizeidienststelle fuhr. Paulson gab bei der Polizei eine Beschreibung des Täters, welches die Ermittler sofort zu Robert Hansen führte. Zunächst bestritt Hansen aber ab, etwas mit der Entführung von Paulson zu tun zu haben. Doch dann fanden die Polizisten bei der Durchsuchung seines Hauses diverse Gegenstände, die er seinen Opfern abgenommen hatte, wie Schmuck- oder Geldbörsen. Auch die Mordwaffe, die Hansen für seine Jagd nutzte, wurde ebenfalls in seinem Haus gefunden, welches ein Gewehr vom Kaliber 223 gewesen war. Somit war Hansen überführt und wurde dann von der Polizei verhaftet, worauf dann im Laufe der Ermittlungen weitere Morde und Entführungsdelikte Hansen nachgewiesen wurden. Im Jahr 1984 kam er dann vor Gericht, wo er für mindestens 17 Morde an Frauen angeklagt wurde. Um der Todesstrafe schließlich zu entgehen, gestand Hansen die Morde. Außerdem gab er noch an, mindestens 30 Frauen entführt und vergewaltigt zu haben, ohne sie danach umgebracht zu haben. Weiterhin gab er an, dass er all die Frauen, die er entführt hatte, wegen Oralsex aufgesucht hatte, da er, so sagte er, dies seiner Frau nicht zumuten wollte. Am Ende wurde Hansen zu einer lebenslangen Haft plus 461 Jahre Gefängnis verurteilt. 30 Jahre lang saß Hansen davon im Gefängnis ab. Im August 2014 verstarb er schließlich im Alter von 75 Jahren in einem Spital, wo er dort wegen einer Verschlechterung seines Gesundheitszustands in Behandlung war. Der Todesstrafe Untertitelung des ZDF, 2020